Und dann werden Sie sehen, ich bin wirklich kein Massage-Profi, aber das können Sie in Zukunft zu Hause machen. Gucken Sie mal hier. Und jetzt achten Sie auf das komplett entspannte Gesicht. Liebe Kamera, ihr solltet nicht die Füße zeigen, sondern das entspannte Gesicht von Monika. Sehen Sie, und ich bin kein Profi, aber ich finde die Punkte. Und da, wie lange, soll ich aufhören? Nee. Das dachte ich mir. Sie gehen jetzt bitte ans Telefon, holen Sie sich dieses Wahnsinns-Premium-Produkt. Und übrigens, die Intensivität, die können Sie in 20 Stufen einstellen. Ich fange jetzt mal gemütlich an mit Stufe 1. Aber Sie sehen das. Ja, Monika frisst mir jetzt gleich aus den Händen. Da bin ich sicher. Monika, soll ich jetzt aufhören? Nein, du kannst schön weitermachen. Das dachte ich mir. Und währenddessen sage ich Ihnen hier auch gerne einmal die Bestellnummer für unser Akku-Handmassagegerät mit 6 Aufsätzen hier für 49,99 Euro heute. Und die Bestellnummer ist die NX 4164 und die 569. Und seien Sie schnell, denn wie gesagt, die Nachfrage ist extrem groß. Und vielleicht können Sie dann auch Ihren Partner glücklich machen. Und also hier auf jeden Fall super angenehm. Meine Damen, bestellen Sie jetzt diese Massagepistole und machen Sie Ihren Partner zum Massageprofi. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es fühlt sich gut an. Also so werden wir alle zur Massageprofi. Und wenn Sie gerade mal alleine sind mit den anderen Aufsätzen, man kann sich wirklich von Kopf bis Fuß selber massieren. Sie denken aber bitte dran, 49,99 Euro ist... Und ich weiß, es so was ich.